hier sind jede menge kühe das heißt wenn ich zwei hunde bekomme kann ich auf jeden fall vermehren und bekomme immer mehr hunde ich will checken wart ihr unter uns ach so warte ich muss noch lächeln nach diesen glaube ich noch am torten gerade mann okay hier ist auf jeden fall wiese mann ich will hunde hunde wären jetzt so op und würden das voll reißen mann komm hunde ich suche hunde da ist noch eine kuh nicht dass mich jetzt die typen die mich die ich gesehen habe mich verfolgen da nehme ich noch schweinefleisch mitkommen ich will ganz sicher gehen kommen das gravel so viel gravel brauche ich jetzt auch nicht mehr komm schon ich glaube ich bin bei 00 sieht ziemlich nach 00 aus also dass das neta portal nicht da ich sehe es nicht am liebsten würde ich die goldäpfel eigentlich auf eine hotbar tun wegen dem bug dass man zwei gottäpfel auf einmal ist ja dann macht das mal was soll ich dafür weg tun ich hoffe brauche ich erst mal nicht glaube ich ja deine pfeile falls du drin hast weil du hast eh zwei stacks also musst du nicht darauf achten gunpowder brauche ich nicht glaube ich nicht dass ich irgendwas machen werde mit tnt falle mache ich nicht würde glaube ich keiner drauf reinfallen bald slash ben bei mario slash ben xx blackjack so sind die schon mal raus dann haben wir das schon mal so beide beide also ganzes team ist ja ja die wollen von evil chicken und tom gekillt also jetzt nicht so nice für dich aber ja doch ein team weniger ja aber die haben sich jetzt ausgerüstet ja und ein team weniger vielleicht ist es jetzt auch geschwächt eben weil leben verloren oder so kann ja sein aber es soll wohl also es ist wohl so dass sie die überrascht haben und wir sind so dumm werden das netter portal nicht mehr geöffnet jetzt ist es zu ja also konnte man gar nicht in den netter portal warte ich mache es schnell eben es ist dann nicht unfair wenn du es jetzt aufmachst ich gehe ja nicht rein ach so ja aber dann jemand anderer das war noch zu also ich glaube keiner wollte in den netter gehen man ja wenn es wenn in black wenn er rein wollte dann hätte er fahren wir haben scheiße machen müssen fabian hat die europä drauf jetzt wissen aber alle dass ich beim netter portal war so much information sorry dass ich jetzt so zwischendurch frage aber hast du eigentlich nächste woche ferien äh ne ich hab auch nicht frei ne ne ich hab ähm ich muss für vorabi lernen und so ach ja stimmt habe ich ich vergesse das immer ich habe es ja erst nächstes jahr na dann viel glück wünsche ich dir noch weiter ach so du gehst jetzt ja ich gehe jetzt dann denke für deine unterstützung hey das ist ernst gemeint andere werden bestimmt viel früher gestorben ja es war ja es war es war meine schuld ich weiß aber ne das war generell für meine schuld dass ich gestorben bin ja es war halt eine richtig dumme aktion die wir uns da überlegt haben egal egal du kommst eh noch weit du bist f paint oder so oder so dann ciao leute jo tschüss schaut mal bei mir ja schaut mal bei next time vorbei richtig nice typ gut jetzt sind wir alleine und ich würde vorschlagen ich schläft einfach mal dnts dass da nicht irgendwas passiert und mehr internet ne gut das wird jetzt ein solokommentar ich hoffe es wird trotzdem nicht langweilig ich werde jetzt den fichtenwald noch absuchen hoffentlich dort ein paar hunde finden und werde dann dementsprechend mir eine hundearmee aufbauen falls ich welche finden sollte falls ich keine finden sollte laufe ich weg auf ein planes biome und versuche dort einen bogenkampf herauszufordern weil ich nicht glaube dass viele einen bogen haben so wie viel okay ich hab ich muss langsam mal wieder kochen nein ich brauche hunde nicht dass sich irgendwer anders noch hunde besorgt hat das wäre schlecht vielleicht hat sich juja oder so noch das besorgt so da ist noch ein schwein guten tag noch das schwein mitnehmen bewegt ihr euch mal ist das sonst viel zu easy euch zu killen okay alles klar nicht dass da jetzt jemand sich reingebuddelt hat oder so man da sind spieler am portal die wollten da gerade rein ich hab's gesehen das war tom und die will schicken bestimmt einfach mal drauf geschossen jolo warum habe ich das gemacht ich weiß es nicht einfach jolo einfach jolo hätte er treffen können und die dann instant killen können wer weiß will schicken hat noch äh absorption das hätte der keine 21 leben vielleicht haben die genug gold gefunden für den gold apfel auf jeden fall hat der full deer das heißt ja auch die haben auch gut deers gefunden die sind wohl alle bestimmt noch teilweise am strip mine ich suche wie gesagt jetzt nach hunden ne also es wäre schon nice wenn ich welche finden würde wobei meine hoffnungen gerade ziemlich am arsch sind weil es hier eben nicht nach hunde aussieht das wäre eigentlich das perfekte biome ihr müssten hunde spawnen ich muss einfach glaube ich ein bisschen hier und her laufen dass die spawnen einfach so ein bisschen am rand laufen dann spawn die ja in verschiedenen positionen immer neu und wenn ich halt mit fünf knochen ein hund werde ich auf jeden fall bekommen hoffentlich fünf knochen ist schon da sollte man einen hund auf jeden fall draus bekommen zwei hunde wäre perfekt weil ich die dann vermehren könnte komm let's fight warum mache ich das ich weiß es nicht das ist blau das ist fabian und blackjack oder wie hieß der äh aaron stimmt komm hitbox ein bisschen um das herum laufen so komm okay ich habe ihn einmal getroffen was machen die die gucken auch noch was machen die warum gucken die okay ich mache drei herzen schatten insgesamt okay jetzt muss ich weg laufen oh der hat mich einmal gehittet sehr gut von fabian ähm ich mache so dann kriege ich den nämlich ein bisschen abgedriftet ich habe mir das noch eben ähm werde das jetzt hier platzieren um da weiter zu kommen man kommt kommt her leute ich will euch kämpfen sehen ich glaube ich laufe zu 00 wie viel sieht es mit dem leben aus okay der eine hat einen goldapfel gegessen ich äh bin gerade richtig am pumpen mit dem herz sorry leute aber ich muss auf range gehen ich weiß dass es eine feige technik ist ähm vielleicht die sind bestimmt hinterm hügel bestimmt oder laufen die weg da hinten laufen sie ich brauche nur eine kurze pause um mich kurz zu regenerieren ähm okay die laufen glaube ich komplett weg ich brauche einfach nur range ich brauche einfach nur range so immer gucken dass die okay ich glaube ich kann die überraschen ne die denken ich verfolge die nicht oder die die ah die wollen den wald ich checke es im wald sind die geschützt vor den bogenangriffen oder sie denken echt nicht ich verfolge sie sie haben keinen bogen das steht fest sonst hätten sie mich längst abgeschossen wo sind die da perfekt getroffen komm Fabi kommt ähm bloß nicht von der seite treffen lassen kommt okay so jetzt machen wir das ganz easy jetzt laufen die wieder auf mich los komm so Fabi äh wie sieht es mit eurem Leben aus das würde ich gern wissen okay es sieht nicht gut aus mit eurem Leben ah shit das war dumm von mir ich weiß danke für den Boost auf jeden Fall ähm so dann gehe ich jetzt da vorne hin da ist was Wasser das nehme ich mir direkt mit beim Kampf so danke ähm okay der läuft da über die Linie versuche mich zu flankieren okay ich habe einmal getroffen äh der hat nicht viel Leben mehr so komm nice komm okay Fabian wurde auch getroffen perfekt Mann Fabi oh GG Bam oh scheiße Leute man alter boah gut die hatten die ja schwert knockback 1 sehr ernst knockback 1 da sind noch Pfeile ähm die nehme ich mir sehr gut sehr gut Pfeile sind sehr gut hier ist noch Steak das nehme ich mir auch mit äh so ein Lava Eimer wechsle ich direkt aus ähm was haben die für Schuhe noch Protection 1 Blast Protection dann nehme ich das lieber besser äh okay Protection 1 das kann ich verbinden wenn ich noch ein bisschen mehr Eisen bekomme ähm dann den Helm muss ich jetzt nochmal gucken äh was kann ich denn noch weg ach komm so viel hey warum hab ich zwei Sector Redstone Protection 1 brauche ich nicht Projektier Protection okay den Helm brauche ich eh nicht ähm dann werfe ich mal den Helm noch weg Smite 1 so und die haben hä die haben Enchanting Table oh okay interessant dann war es das glaube ich was ich hier so alles an Loot gebrauchen kann ich hoffe einfach dass die spawnt jetzt äh in der Zeit und dann gehe ich mal zurück Slash Ben Black Fabi Lefter so gut okay es sieht ähm relativ okay aus für uns äh wir haben einen PvP Kampf gewonnen hey man nervös über 9000 nervös über 9000 ähm komm das werfen noch weg nehme ich mir noch einen Lava Eimer damit ich schnell äh scrollen kann eventuell wieder bei einem Kampf äh ich tue mir mal das Deck drauf das ist gut dass die Essen hatten weil ich hatte halt fast gar nichts mehr ja